Musik Es weihnachtet schon sehr im City Center Amstetten. Dafür sorgen unter anderem die vielen stimmungsvollen Deko-Ideen, aber auch das abwechslungsreiche Programm und ein Rundum-Service. Es gibt in der Weihnachtszeit bis 24.12. gibt es da ein Gratis-Garderobe. Am Freitag jeweils von 13 bis 18 Uhr, Samstag jeweils 9 bis 18 Uhr. Doch an Service noch nicht genug. Um ein Shopping-Erlebnis der besonderen Art zu ermöglichen, rollen die City Center Mitarbeiter gerne buntes Einpackpapier ab. Es gibt zum Beispiel das Geschenke einpacken. Das heißt, Leute können eben in Sitz-Jage Geschenke kaufen für Weihnachten, nachher können sie zu uns kommen, die Geschenke einpacken lassen, gratis. Man kann halt eben für einen freiwilligen Zweck spenden. Dazwischen können sie noch einkaufen gehen und dann holen sie es sich dann auch. Dann weiter gibt es zum Beispiel auch Gratis-Garderobe, dass man eben die Jacke nicht immer mitschleppen muss. Es gibt dann auch noch so, für Kinder gibt es eben so Nikolaus- und Weihnachtsstuben und es gibt dann auch noch so einen Kekserlmarkt. Hier einkaufen lohnt sich aber nicht nur, wenn es ums Einpacken geht. Mit dem CCA Weihnachtsgewinnspiel haben alle Kunden im Advent täglich die Chance, ihre Einkäufe im Wert von bis zu 300 Euro in Form von CCA Geschenkgutscheinkarten zurückzugewinnen. Einfach im City Center am Stetten einkaufen, Teilnahmekarte ausfüllen und beim Infopoint abgeben. Viel Glück! Was aber darf nun als Packerl unter den Christbaum? Das Einzige, was ich mir wünsche, das ist eine Bratschneidmaschine. Am besten wäre der Auto, aber... Gesundheit. Ruhenschutzschärm. Zeit für die Familie. Ein ganz besonderes Geschenk macht die CCA den Kindern am 12. und 19. Dezember mit der Weihnachtspackstube. 10. Dezember mit dem